so ich hab's geschafft leute das ist das vier blätterige kleber hat und das ist auch wunderschön hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge grounded mit dem raki heute sind wir auf der suche nach dem coup de gras um die mutation freizuschalten damit verbessere kritische treffer demnächst machen können also viel spaß und raki befindet sich schon an der stelle auf der map wo es durch den eingang der höhle unter wasser zum vierblättrigen kleeblatt geht so freunde jetzt bin ich genau an der stelle ihr könnt es sehen jetzt nicht genau an der stelle wo diese wo der höhleneingang ist ja der höhleneingang zu diesem zu diesem vierblättrigen kleeblatt das ist hier auf der karte hier seht ihr das wasser ja hier bin ich hier seht ihr den punkt und genau hinter dem punkt in diesem kleinen da würde man das nicht vermuten hier in diesem kleinen tümpel ich zeige euch das mal in diesem kleinen tümpel da ist der eingang und da versuche ich jetzt mal durchzutauchen und dabei nicht zu sterben ich versuche es mal so ich hoffe dass das geht ich hoffe nicht dass ich jetzt hier irgendwie ersticke dann ich habe auch keine lampe mit natürlich nicht warum auch ja komm bitte lass mich hier rein ich habe 29 sekunden zeit ich hoffe ich schaffe jetzt irgendwas ich hoffe ich komme hier hoch ja hier komme ich hoch so ich habe es geschafft leute super geschafft das ist das vierblättrige klebe hat und das ist auch wunderschön hier hier muss man sich erstmal so ein bisschen umschauen ich weiß nicht ob ich eine fackel mit ab vielleicht habe ich noch eine mit ja ich habe natürlich eine mit dann mache ich euch das hier ein bisschen hell und zeigt euch das mal hier ist die öle von den vierblättrigen klebe hat wunderschön und dann wenn man das geschafft hat das machen wir jetzt zusammen dann bekommt man eben dieses ding jetzt gucke ich mal hier irgendwie noch was wichtiges liegen stein herum okay so jetzt sind wir an dem hier sieht man es vierblättriges kleber deshalb ist entdeckt na da da und man bekommt die mutation kub de gras und die ist ganz wichtig die gucken uns jetzt gleich zusammen an ich glaube es fällig auch kann man das fällen kann man nicht natürlich nicht ich habe gedacht ich nehme das mit so als andenken so das habe ich bekommen jetzt kommen wir eigentlich auch schon wieder zurück jetzt kommen wir eigentlich auch schon wieder zurück das taue ich mal wieder rein sehe ich überhaupt nichts ein bisschen schwierig gerade jetzt muss ich hier nur wieder raus okay da da hier war richtig raki da musst du lang da musst du lang hier ist irgendwas oder ist irgendwas wichtig ist um und da wieder raus komm schnell das nicht ewig zeit und nicht ewig luft vor allen dingen luft hast du nicht ewig iraki deswegen weil ich weil ich schnell wieder raus 16 sekunden auto schaffst du schaffst du schaffst das geschafft raki super ja das ist sehr gut so leute und jetzt bin ich total glücklich wo jetzt auch wieder um so ein punkt wo ich nicht weiß wo der ist wo ist der könnt ihr mir vielleicht sagen wo der ist hier oben drauf wahrscheinlich ne irgendwie oben drauf ist der oben drauf und ich sehe den nur nicht ura hier auf dem blatt ist der oben drauf blüte oder so jetzt stehe ich auf einem wunderschönen klee blatt ich habe gedacht er wäre oben drauf so jetzt stehen wir hier oben sehr schön wir müssen ja gleich wieder zurücklaufen ich wollte euch nur mal zeigen jetzt haben wir diese neue mutation bekommen die wollte ich unbedingt haben diese hier ein zeichen der hoffnung in der düsternis entdeckt zu haben stärkt deinen überlebens willen im kampfgetümmel praktisch der einfallsreichtum und dann gegner werden von glückstreffern zerschmettert das ist nämlich das was ich sage kritische treffer chancen und den machen wir dann auch an unbedingt dadurch wird dann die kritische treffer chancen erhöht und dann brauchen wir noch mehr ausdauer und die bekommen wir durch unsere aufgaben jetzt müssen wir noch minen und marienkäfer töten das machen wir auch jetzt gucke ich aber erst mal auf die karte das war gar nicht so schwer mit dem kubte gras ne aber ich hab's halt nie gemacht auch ein bisschen dumm aber ich hab's wirklich nie wo ist das ding hier tut es immer ne vielleicht bin ich schon nah dran aber auf den blättern rumhüpfen ist das hier oben wahrscheinlich unten drin noch so eine höhle oder ist das da in der höhle drin nach irgendwo und ich hab's nicht gesehen da da haben titel um das bin ich ziemlich happy das habe ich nämlich diesen das vierblätterige kleeblatt gefunden das ist sehr sehr schön zack und ein bisschen netzfäden dazu bekommen jetzt laufen über das brett ja ein erfolgreicher tag bis jetzt ein erfolgreicher tag so jetzt immer schon an unserem schönen hochhäuschen angekommen da ist es schon nicht zu übersehen da gehen wir jetzt mal rein marienkäfer und bienen und dann können wir auch können wir hier verschiedene sachen anmachen das hier ist kiesel in der brandung das ist die maximale gesundheit wird erhöht das können wir brauchen dann brauchen wir eben das und hier habe ich noch bar bar frische verteidigung das können wir mal bar bar deaktivieren und dafür kritische treffer chancen aktivieren das ist neu die kritische treffer chancen ist erhöht phase 1 da können wir jetzt mal ein bisschen mit rum kämpfen und dadurch wird das ganze stärker mehr jungteam so und dann holen wir uns jetzt noch hier oben das ding das hier beim beim bürgel aber ich brauchen dafür brauchen noch punkte und die müssen uns erst mal verdienen die müssen uns erst mal verdienen das heißt wir brauchen jetzt marienkäfer aber erst mal was zu essen und zu trinken und dann sammeln wir uns hier mal in der kiste wollte ich auch noch mal eben nachschauen was wir da noch so haben was ich vielleicht gebrauchen kann ich glaube den braucht man ja nicht mehr den nehme ich mal mit ich habe gehört den kann man irgendwie durch das ding jagen den kann man auch reparieren hier habe ich auch noch meinen komischen schützen mütze die brauche ich ja eigentlich auch nicht ne vielleicht braucht man ja was später weiß das ist eine coole sache so hier wächst auch nichts ich wollte das mal eben mit dem spoilt spoilt zeug machen warte mal wir müssen hier mal ein bisschen was pimpen also hier wollte mir kleeblatt haben also jetzt machen wir hier noch mal bisschen was dazu neun stunden 7,5 stunden gucken wir mal was das bringt ich wollte mal gucken pflanzen ach jetzt habe ich es verstanden man muss das anregen ah leute guck mal ich bin ja dumm pflanzen das ist ja schlau das habe ich überhaupt nicht verstanden so einfach so pflanzen und dann kann man es ernten guck mal gut dass ich das so gemacht habe man muss es pflanzen okay pilze pflanzen so jetzt wächst das hier und da geht es doch schon los na guck mal auch wie geil da geht es schon los weil das ja sozusagen super gepimpt ist so jetzt alles verstanden alles klar oh man ja ist doch cool das habe ich eine ganze menge dazu gelernt und wir haben gute krass leute das ist super dann können wir uns bald die mega tegler die brutmutter vornehmen die hat dann gar keine chance mehr dann kommen wir ja gar keine chance das natürlich vertrieben das können wir mal ausprobieren kann man das jetzt hier reinschmeißen warte mal das kann man da reinschmeißen irgendwie was passiert dann ich weiß nicht dann wird er wieder zerlegt super rüstungskleber den gibt es ja nicht mehr denn ist ja der ist ja quasi ausgelaufen den hatte man früher um rüstung zu bauen dann haben die das ja alles ein bisschen verändert und dadurch gibt es das nicht mehr so jetzt packen wir unseren pilzkram hier noch zu den brauchen wir jetzt gerade nicht schön ordentlich sortiert steine an hier ist ein bullihock brocken ok ja cool dann nehme ich mir mal ein paar von den brockis mit sind ja ganz lecker pilze zum essen und vielleicht noch ein paar pilze so ein paar pilze noch für unterwegs so und jetzt gehen wir uns glaube ich gehen wir mal daran was bleibt denn da übrig wahrscheinlich keine ahnung was werden wir jetzt sehen ich guck mal eben an also wenn du noch super rüstungskleber hat er habt dann packt das auch in den in das püriergerät dann entsteht nämlich dann schau mal leder das ist gut kann was regenerieren falls man was hergestellt hat denn man kann es nicht mehr herstellen super rüstungskleber ist weg soweit ich weiß ist der weg der ist nicht mehr da den braucht man ja nicht mehr seht ihr den hatten wir noch von früher praktisch das artefakt das artefakt sehr gut haben wir wieder was gelernt von grounded das macht super spaß dann kann ich mir auch die brotmutter noch mal vornehmen vielleicht besser vorbereitet dann ja gucken wir erst mal dass wir die ganzen teile jetzt zusammen bekommen da bin ich jetzt echt ehrgeizig will die alle haben alle weiß ich nicht eins ist multiplayer da habe ich bis jetzt nicht gespielt muss ich jetzt auch nicht unbedingt machen das brauche ich das dann bekomme ich die nicht aber die anderen die muss ich unbedingt noch haben damit man besser spielen kann sozusagen dann macht das ganze auch leichter wenn man es hat so ja gut dann würde ich sagen geht es wieder zurück ein bisschen was essen noch und trinken habe ich ja gesagt habe ich jetzt getrunken nö ich wieder nur rumgelabert und nicht getrunken moment das müssen wir noch machen das ist doch klar zuerst mal trinken dann brauchen wir das noch haben wir hier noch was hängen ja bestimmt nein hängt nichts mehr auch mal zu die hütte die 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 so jetzt erst sich mal hier noch ein bisschen was pilze oder so und die haue ich mir mal komplett rein ja die sind weg dann haben wir jetzt wieder ein bisschen weniger hunger so und jetzt geht es zurück marienkäfer findet man überall bienen ja bienen da müsste ich wieder hinten rüber rutschen ist unserem bienenkörbchen spät ist denn 15 uhr eigentlich zu spät ne ich kann da wieder nur zurücklaufen dann würde ich sagen gehen wir doch zurück zum gehen wir zurück zum strandpalast und wenn wir da angekommen sind kümmern sich überlegen ob wir da noch eine kleine wolfie machen eine kleine wolfie mitredi satio mitredi satio von midrida tis ja das muss man erst mal lernen das brauchen wir auch noch und dann können wir vielleicht noch mal zur bootmutter damit wir das schaffen sonst macht ja auch keinen spaß ich will optimal vorbereitet sein so ich glaube jetzt machen wir noch einen kleinen aus und kleinen kleinen ausritt zum bürgel holen uns noch eine aufgabe neue eine haben wir erledigt glühwürmchen letzte folge ziemlich chaotisch aber es wird langsam ist so einmal zum bürgel bitte ich nehme ein schlückchen beim bürgel ist meine freundin tecla auch wieder am start ach da ist ja schon hallo tecla da bist du ja jetzt ist aber sauer weiß mich doch du blöde tecla kommt weiß mich machen jetzt hast mich aber wichtig okay super gemacht aber ich bin gleich wieder am start hier bin gleich in der nähe ja ich wollte mich halt vergiften lassen oder muss man die töten ich weiß gar nicht muss man nicht töten damit man das bekommt wahrscheinlich war ich zu schlecht zu schlechte wie schön 38 cm na komm hol dir das ding ich hatte zu wenig smoothies mit die ist auch schon wieder weg die ist gelangweilt weggelangen die denkt doch der raki na gut gut man muss sich wahrscheinlich nicht nur vergiften lassen sondern auch die wolfschläge killen so viel habe ich noch nicht gekillt das muss ich zugeben vielleicht zehn oder so okay also gehen wir doch zum bürgel weiß wahrscheinlich zu spontan ich block dann nicht richtig oder so dann ist wahrscheinlich nicht nur das beißen lassen sondern man muss tatsächlich die killen das ist natürlich interessant so bürgel hast vielleicht eine neue aufgabe genau ich wollte mal gucken baft langs da gucken wir zuerst mal 3070 habe ich trainiert und das brauche ich die künftige ausdauer hin das ist das brauche ich ausdauer das brauche ich 5000 also müssen noch 2000 punkte holen das brauche ich so und aufgaben hast du aufgaben die ich lösen kann die nicht kompliziert sind die rüsselkäfer ja gut dann machen wir den danke ok so sind wir wieder zurück ich wollte noch mal gucken ob ich hier irgendwie noch ein paar öko power machen kann öko power plus nee kann ich nicht die drei dinge brauche ich was habe ich denn hier drin die habe ich die habe ich aber von den anderen dinger nicht von den algen also muss ich noch mal ins wasser hüpfen eben ich hoffe hier sind welche ach hier sind gar keine warum nicht da wii 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 wie viel habe ich jetzt acht schon eine menge ne vielleicht noch ein paar mehr hier sind noch welche die reichen dann für das erste wieder und da noch die nehme ich noch mit hier die paar auf dem weg nach hause na komm her und wieder nach oben schnell 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 der arme Kerl vielleicht muss man auch gibt es auch einen perk wenn man dann wenn man dann tausendmal erstickt ist gibt es dann auch eine belohnung super super so super jetzt sind wir zu hause wieder zurück im im strandpalast so ich glaube ich gehe auch jetzt schlafen 1929 machen wir noch ein paar von den super smoothies hier da müsste ich eigentlich noch welche machen können einlagern eins nein nicht einlagern kreativ modus nein ich möchte die machen und zwar die hier und die hier herstellen so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn ich meine diesen okay fels fels maximale gesundheit finde ich auch gut flüssig zorn angriff schaden heil finde ich auch ganz gut was haben wir hier noch maximale ausdauer ah ja das ist gas schutz überstunde menschenfutter schadensresistenz auch gut ne flüssig zorn kräftiger flüssig zorn habe ich neu gemacht habe ich neu gemacht habe ich noch nie ausprobiert ja das können wir dann auch mal ausprobieren jetzt habe ich mal so ein bisschen smoothie smoothie ich mache die mal hier rein brauche ich ja sowieso hier für meine entdeckungen hier so jetzt gehen wir erstmal pennen Leute und dann ist auch schon wieder die aufnahmezeit erreicht deswegen sage ich dann auch hier schon adieu ich sage mal vielen dank fürs zuschauen fürs dabei sein hat mir eine menge spaß gemacht heute haben wir kubtegras und jetzt arbeiten wir noch an der ausdauer damit wir die bekommen und dann dürfen wir gut vorbereitet sein jedenfalls besser vorbereitet als bislang okay ich sage mal vielen dank fürs zuschauen haltet die ohren steif und bleibt gesund euer Aki tschüss und dann können wir uns Bis zum nächsten Mal.